Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option. Ich handele 60 Sekunden bis 2 Minuten. Mein Starttrade beträgt hier 2000 US-Dollar. Als ich suche, ich meine passend Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5 unter Berücksichtigung der Tagesnews und meiner Indikatoren. Anfänger sollten heute nicht traden, weil wir heute einen Feiertag haben, Pfingstmontag. Ich hoffe, dass ich einen guten Trade finde. 1 bis 2 Trades Euro-Yen sieht ganz gut aus. Hier steige ich ein. Gegebenenfalls nochmal. Wer noch Interesse an einer Ausbildung hat, bitte per E-Mail oder via Skype den nächsten Tag melden. Aktuell ist er knapp im Gewinn. Aber es ist noch viel Zeit. Es kann noch viel passieren. Sieht gut aus. Geht er doch nochmal raus. Knapp gewonnen. Ich suche noch einen Trade. Ich suche noch einen Trade. Euro-US-Dollar. Hier steige ich ein. Ich werde immer wieder gefragt, was ich mit meinen Gewinnen überhaupt mache. 80% der Gewinne werden wieder in Vermögenswerte angelegt. Wie Aktien, Edelmetalle, Immobilien vor allen Dingen auch. Perfekt. 10% gebe ich für Konsum aus und die anderen 10% spende ich. Bis zum nächsten Mal. Adios.